Hallo und einen wunderschönen guten tag liebe freunde schön dass ihr wieder mit dabei seid So was werden wir heute alles veranstalten für den blödsinn Also ich was werde ich heute für ein blödsinn machen oder wir ihr schaut ja zu ne ihr fleißigen zuschauer Lava wir müssen ja noch lava besorgen ich glaube wir gehen in die mine und besorgen mal lava Ich habe noch neun eimer ja kommen wir gehen mal runter Der schnellste weg nach unten ist hier eigentlich durch den keller oder hier lang runter in die mine Also in die höhle Ja hier geht es tief runter hier ging es doch noch weiter runter oder nicht Oder war das doch hier das war hier hier war das hier müssen wir runter So kohle wohl die kohle können jetzt eigentlich mal die kohle reisen was hier ist eigentlich nur abbauen Ja mal genug kohle haben wir genug eisen obwohl eisen wir wollen ja später eine bahn bauen und eine schöne bahn Da brauchen wir noch jede menge eisen Blub 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 So Tief runter wir müssen tief runter aber nicht fallen ne Fallen doch fallen ins wasser fallen Irgendwo war lava Da ist gold da gehen wir mal hin Bei den ganzen monster bei den ganzen zombies Den ist auch noch zu dunkel ne Im dunkeln können wir gut munkeln Bisschen kuscheln hallo Blub 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 Sie kommen von vorne sie kommen von hinten sie kommen von der seite sie kommen von überall her Aber hier ist kein spawner Hier könnte ein spawner sein und ich muss aufpassen Aber wir halten hier jede menge aus unsere schöne diamanten rüstung Da kommt schon der nächste spiegel fährte hier komm mal ran komm mal ran komm mal ran hier und da kommt noch mehr Hier muss doch irgendwo nest sein und ist hier los guckt euch die menge an zombies an sechs stück oder sind das sieben sechs Das waren sechs stück Junge junge hier war was los heute voll action Und da ist auch schon lava Wunderbar Wunderbar Da brauchen wir Ist auch noch ein bisschen dunkel ne Enderman ist auch hier irgendwo am Start Da ist auch lava Schön wir brauchen jede menge lava noch So ich muss aufpassen was ich sage nicht dass sich wieder einer beschwert und sage ich mach Kronken nach Angeblich mache ich ja Kronken nach Mein letztes Video soll ich ja Gronkh nachgemacht haben Ich frage mich immer noch an welcher Stelle Wo, an welcher Stelle habe ich denn Gronkh nachgemacht Nur weil ich zu der Musik ein bisschen nachsinge oder vielleicht Und ich habe keine Ahnung Ach ja Mich können ja auch nicht alle mögen, ne Ich liebe ja auch nicht alle Leute Aua, da kommt ein Grieper, der macht gleich Boom Ich kann ja auch nicht alle Leute glücklich machen, ne Ach, come on, nein Du kannst leider nicht alle Leute glücklich machen So ist das leider Du musst echt aufpassen, was man macht Du machst ja voll den Gronkh nach Oh, du machst ja voll den Gronkh nach Habe ich jetzt auch Gronkh nachgemacht, weil ich meine Stimme verstellt habe Habe ich den Gronkh nachgemacht? Ich weiß es nicht, es kann möglich sein Ach ja, ist das wieder aufregend So Guck mal, da ist Lappi, Lappi, Lassuli Lappi, Lassuli, hallo Fliedermäuschen, Fliedermäuschen Hallo Habe ich jetzt Gronkh nachgemacht? Wer ist überhaupt Gronkh? Ich kenne Gronkh gar nicht Habe ich jetzt einen Dislike? Oh, jetzt kriege ich einen Dislike Oh, jetzt habe ich einen Dislike gekriegt Was? Habe ich jetzt einen Dislike gekriegt? So Ja, wir müssen gleich weiter runter Müssen weiter runter Guck mal, hier ist auch ein Höhlenweg Den kenne ich noch gar nicht Noch gar nicht ausgeleuchtet hier Jetzt auch runter Ach, da geht es überall runter, runter, runter Hier ist schon vorbei Ich höre bei Lava Ich will noch nicht tief hier rumpuddeln Weil ich habe ja natürlich die Musik laufen Da höre ich die Lava nicht so gut Und die Monster höre ich natürlich auch nicht, wenn sie kommen Aber so können sie mich in den Arsch beißen Da höre ich sie So, wo war jetzt die Lava? Ist das stille Lava? Können wir hier jede Menge mitnehmen? Nice Nice Oh, aber nicht reinfallen, ne? Okay, jetzt haben wir Uiuiui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lava Und auf Lager haben wir auch noch zwei Macht elf Habe ich das richtig gerechnet? Ich glaube ja, elf Leider haben wir jetzt keine Eimer mehr Dann können wir gleich wieder raus Ich könnte auch das Eisen, ne? Ich nehme jetzt nichts mit Oder wollen wir noch ein bisschen erkunden? Ich glaube, wir werden noch ein bisschen erkunden, oder? Sterben werden wir ja nicht Was sagt die Rüstung? Joa, bisschen angekratzt ist die Rüstung Aber geht noch Ich höre schon wieder was Das tut doch weh, wenn du da mit deinen Nägeln piekst Mit deinen Pfeilchen da Ja, Zombie, komm her Hier, kopfloser Zombie am Stessel Guck mal, hier ist auch noch so dunkel Was denn da oben? Koppel, habe ich das gebaut da oben? Hier hat auch noch ein Zombie Hallo Wo kommt ihr denn immer alle her? Da kommt doch der Nächste Immer schön deine XP hier Ich brauche da eine schöne XP-Punkte Da sind wir gleich schon wieder fast auf 30 hoch Können wir eigentlich noch ein bisschen Lava abbauen Ja, äh Kohle abbauen Oder was auch immer Dass wir ein bisschen XP kriegen Komm, da kommt noch der Nächste Zombie angekreuelt Ach, hier ist so dunkel Ach, hier kommt ja alle her Aus der Höhle hier Da unten ist Ja Bum, bum, bum Der Sprengmeister ist auch wieder am Start Da kommt der Nächste Sprengmeister Hier ist irgendwo Enderman Dunkel ist das hier auch Ja, ja, ist ja gut Ich komme gleich rüber zu dir, mein Freund Bist gleich an der Reihe Hallo Fledermaus Hallo Da geht es auch noch weiter rum Ne Hier ist das Ende Das ist der Enderman Hallo, mein Freund Komm her hier Dropp mal Enderauge Enderperle Dingsbumster Oh Grieber von hinten Bang, bum Zack Zum Glück haben wir Diamant-Rüstung an So, was ist hier los? Da ist Gold Enderman War der nicht gestorben Oder ist das schon wieder ein neuer hier? Komm her Du brauchst gar nicht abhauen Verreckt Oh, Spinnauge Keine Enderperle Hallo Bist doch gestorben Mann, hier machen wir mal nicht so ne Geräusche hier Da war doch noch mehr Gold Gold oder nicht Ja So, Eisen, 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 Eisen Wenn ich jetzt Ah, ja, ah, sag Eisen, Puppeisen Jetzt hab ich Krong nachgemacht Ui, 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 jetzt krieg ich noch ein Dislike Ah, ich find das lustig Ich Ich lach da drüber Echt Ich lach über sowas Oh, wo geht's denn hier noch hin? Schaut euch das mal an, Leute Ey, das geht ja ab hier Das Lava So, Freunde Komm ran hier Party, Party, Party Time Hier, heute ist echt Party Time Party, Farming Time Hier ist ja was los Achso, jetzt sind wir hier einmal rum Da hätten wir noch Kohle So, wir haben gleich wieder 30 Level voll So Richtig geile Musik am Start heute So, 30 Level haben wir auch schon mittlerweile 30 XP-Pünktchen So viel Lava überall Keine Eimer mehr So ein Mist Habe ich zufällig Holz dabei? Nein Oh, schöne Lederhose haben wir am Start Guck mal, da hinten geht es noch weiter Ich glaub das ja nicht Hier ist mir der Gold Oh Geht's auch noch weiter Hier geht's wieder hoch So, wir müssen gleich mal langsam wieder raus Taschen sind eh voll Knochen Eigentlich können wir irgendwas wegschmeißen hier Ahh Wir können das Fleisch schmeißen Da haben wir wieder ein bisschen Platz Du tu tuuuu isnut Gwen gold? Die sind wir cotton? Steinen Gold an der Bestand? Welche Ebene sind wir überhaupt嗎 12 Könnten noch vielleicht Diamanten irgendwo sein Hallo sind wir Diamante hin Hab jetzt dazu dort aber nur lau war schön viel stölle lau war stille lau stehende lau war so ich glaube wir gehen wieder nach oben oder wollen wir da hinten noch mal schauen kommen dass wir noch ihr skelette rum 1 aber eben noch eins oder achten krieger war das hallo creeper nein bumm macht der bumm ist ja der bumm mann der bombenleger da geht es nach oben okay da wo die ganzen monster kommen geht es nach oben mann durch sie nix weg nein was meinst du mal war gewesen reingefallen abjahre eine schöne rüstung brandschutz alles drauf sowieso jetzt gelandet hier ich will mal gucken hier und hallo ja ja ist ja gut mein brauner freund immer die lava creeper am start party time party da wo sind wir hier riesen halle hier riesen höhlensystem voll die party ja ich habe ja schießen meine oben da draußen ja genau wo geht es denn raus ich sehe gar nix hier hallo hallo mein freund schaut euch das an wie das schön das aussieht immer den skelett der nervt hier der macht mal eine schöne rüstung kaputt und ich habe keine fackeln mehr am start da habe ich noch einen stecken da hatte ich noch einen stecken drin ach schön sieht das hier aus so ich glaube ich brauche mich ja mal nach oben weil das ist das schnellste weg raus hallo ich wollte da ich nicht runterfallen ist verrückt ja ich weiß die fackel die stört die blöde fackel da machen wir dann eine fackel hin so welche ebene haben wir jetzt am start hier okay wir sind nicht so nein nein da ist schon wieder wasser da hole ich ab ich habe keinen bock wieder zu ersaufen da oben ist wasser da oben ist auch noch eine andere ebene ich baue mich da mal hoch da ist gerade ein zombie geflogen äh hallo gott wo sind wir hier da war licht okay hier waren wir schon mal da ist dunkel eisen noch mit ich muss mal was essen was sagt mein timer oh gott zwei minuten nur noch auf dem timer wir müssen hier raus ich wollte ja eigentlich noch vorher raus sein bevor die folge rum ist lo die aber ordentlich was geschafft hier ne ordentlich monster geklüppelt schön ein bisschen gekundschaftet hier und ein bisschen lava gefunden komm mal da oben ist hält da geht es auch raus oder ist da tageslicht ja wir sind draußen da wir sind draußen cool hier geht es dann zur großen halle sag ich mal zur höhlenhalle ich muss dann hier wieder markieren ja ich muss ja markieren bein hoch und so hat markiert ach ja wunderbar wunderbar so dann wollen wir noch inventar gleich mal ein bisschen sortieren hier muss ich auch noch weitermachen und da rechts muss ich weitermachen die mühle da oben soll die mühle ja hin und der berg muss ein bisschen weg lava ach ja wir müssen da drüben hin lava 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 die lava brauchen wir da drüben da müssen wir die ganzen eimer die ganzen eimer verstauen die brauchen wir hier die labereimer für jede einzelne so wie hier ne das kommt noch weg hier glas kommt hier weg und dann lassen die laber hier vorne so runter laufen und noch eine schöne idee von danger dave kleiner 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 beziehungsweise eine kleine bemerkungs am rande so haben wir noch platz in der kiste hier in der kleinen kiste oh gott oh gott oh gott äh muss man den koppel da rausholen da muss ja so viel cobblestone drin äh so alles klar den koppel bringe ich mal weg im keller obwohl das war ja nichts nach meinem nächsten mal jo das war's denn auch für heute ich bedanke mich fürs zuschauen und für die neuen natürlich hier wenn es euch gefallen hat natürlich ne nicht ihr also ihr müsst ihr ja nicht ne doch ihr müsst ihr müsst abonnen abonnieren natürlich müsst ihr abonnieren ihr werdet gezogen zu abonnieren äh zum abonnieren ihr wisst schon und zum liken und natürlich daumen ja dicken fetten daumen nach oben daumen nach oben und ja bis zum nächsten mal wieder so askamondos genug auch gequassert für heute und bis dann tschüss 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 tschüss